Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Nico Doppenseilen geht's. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Zauberleien. Vor ich den Kartentrick zeige, lässt sich eine Person herzlich Glückwunsch wünschen. Merle! Alles Gute und Gesundheit und viel Spaß mit dem Kartentrick. Und hier habe ich zwei Klangkokarten und eine Kreuzziegen. Und die Kreuzziegen kommt hier in die Mitte rein. Wo ist die Kreuzziegen? Hier? 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 Nein, ist die Dankokarte. Hier? Nein! Ist auch die Dankokarte. Kann ja nur hier sein. Die Kreuzziegen. Ich verschwunden. Jetzt habe ich zwei, drei, die Dankokarten. Weil ich euch direkt gefallen hat, Daumen nach oben. Schön. tutaj dye und machen. Vielen Dank.